Sage es so, dass du es ernst meinst. 21. November 2023 Glaubenserklärungen Ich erkläre Gottes übernatürliche Gunst über meinem Leben. Was ich alleine nicht schaffen könnte, hat Gott für mich geschehen lassen. Übernatürliche Möglichkeiten, Heilung, Wiederherstellung und Durchbrüche sind mein Erbe in Christus Jesus. Ich bin stärker, gesunder und weiser geworden. Ich habe Talente entdeckt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Die göttliche Macht des Herrn hat mir alles gegeben, was zum Leben und zur Fühmlichkeit gehört. Durch die Kraft des Heiligen Geistes erreiche ich meinen Gott gegebenen Traum und setze ihn um. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Jede Faser meines Wesens, jeder Knochen meines Körpers und jede Zelle meines Blutes ist von Gott erfüllt. Ich erfahre Erfolg, Sieg und Wohlstand, jetzt und immer. Ich habe ein glückliches Leben, ein immerwährendes Leben, das von absoluter Gesundheit und Gesundheit des Geistes und des Körpers erfüllt ist. Amen. Ich werde haben, was ich sage in Jesu Namen. Ich bin stark, ich bin gesund, ich bin gesegnet, ich bin reich, ich bin kraftvoll, ich bin gesaugt, ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott, ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Samer. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blue wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Frucht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grund im Herrn und selbst im Alter werde ich nur frisch und bluen sein. Mein Blatt für Welt, nicht und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befehlt meine Seele. Meine Seele wird so empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen in meinem Körper gehofft. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unsierstubbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem, die Teil meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand, Christi, und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche stärker zu meinen Muskeln und Bändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Durchblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meiner Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeicheldruse. Es ist Leben in jeder Zelle meines Blutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Gliedmassen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt und meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfolliker haben sich bestraft. Ich befehle meinen Haaren, in einem Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum notwendig ist, lasse ich Wachstum in meiner Haarfolliker. Meine Zähne, Zandfleisch, Kieferknochen und die Nerven und Blutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und Neufolchemischen Transmitteln sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage. Alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absolvieren und zu esmodieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Drogen, Binging, übermäßiger Genuss. In Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Foulheit, Verschlafen, Lethargie, zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss. In Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staub, Tiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein männliches Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spermien. Mein weibliches Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt und führt es bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper. In Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen in jeder Zelle meines Körpers, in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und die schlechten Zellen zu verdauen. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Physiologie ist vollkommen in Christus Jesus' Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Gott, der Vater, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Sonne, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist, liebt mich. Ich weiß, dass ich es weiß. Shalom.